Nebensätze mit das zwei. Es ärgert mich, dass du schnarchst. Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst. Es ärgert mich, dass du so spät kommst. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht. Ich glaube, dass er krank ist. Ich glaube, dass er jetzt schläft. Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet. Wir hoffen, dass er viel Geld hat. Wir hoffen, dass er Millionär ist. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. Es freut mich, dass sie gekommen sind. Es freut mich, dass sie Interesse haben. Es freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Es freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Ich fürchte, dass der letzte Bus schon weg ist. Ich fürchte, dass der letzte Bus schon weg ist. Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen. Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen. Ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe. Ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe.